Die Invasion Russlands Russlands in der Ukraine hat die Situation weltweit weitaus gefährlicher gemacht, und das ist nicht nur kurzfristig, sondern auch in einer Weise, die in vielerlei Hinsicht unumkehrbar sein könnte. Es handelt sich in vielerlei Hinsicht um einen tragischen und kriminellen Übergriff, aber eigentlich ist es ein Verstoß gegen unsere Verpflichtungen aus der UN-Charta. Es ist ein Angriffskrieg und nicht der erste. In der Tat ähnelt er der sowjetischen Invasion in Afghanistan im Jahr 1979 und der amerikanischen Invasion im Irak im Jahr 2003 oder auch in Afghanistan zuvor, die 20 Jahre lang andauerte. All diese Kriege, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, waren kriminelle, tödliche, törichte, erfolglose und gefährliche Kriege. Wir erleben hier die Menschheit in ihrer beinahe grausamsten Ausprägung, glücklicherweise jedoch nicht in ihrer vollkommen grausamsten. Und im Laufe dieser gesamten Zeitspanne, die wir angesprochen haben, haben wir das Schlimmste noch nicht erlebt. Wir haben das Schlimmste vermieden. Ich sage, wir. Ich gestehe sogar den kleineren Führungspersönlichkeiten das Schlimmste zu. Wir haben noch keinen Atomkrieg erlebt, was eigentlich überraschend ist. Als Teenager in den 40er oder 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre, hat, glaube ich, kaum ein mir bekannter Mensch erwartet, dass wir 70 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki keine weitere Explosion erleben würden. Dies hätte durchaus passieren können. Wir waren sehr nah dran. Sehr nahe. Und doch ereignete sich etwas Unerwartetes. Beide Supermächte, die USA und Russland, haben zugelassen, in eine Art Patz-Situation zu geraten oder eine Niederlage zu erleiden, ohne auf Atomwaffen zurückzugreifen. Ich glaube, fast niemand hat mit dieser Möglichkeit wirklich gerechnet. Und natürlich besteht diese Möglichkeit auch jetzt noch. Aber einen Unterschied gibt es. In jedem dieser Fälle ergab sich eine Patz-Situation gegenüber einer kleineren Macht. Sei es in Korea oder in Indochina, in Vietnam, in Laos oder gegenüber den Russen in Afghanistan. Obwohl die Kriegsgegner jeweils von der gegnerischen Supermacht beliefert wurden und es sich um eine Art Stellvertreterkrieg handelte, konnten wir die Niederlage in Vietnam und die Niederlage in Afghanistan ohne den Einsatz von Atomwaffen verkraften, obwohl diese zu verschiedenen Zeitpunkten in Betracht gezogen wurden. Eine Niederlage im Irak, politisch gesehen, eine Niederlage der Russen in Afghanistan und so weiter. Das könnte sich wiederholen, solange wir die Geschichte dieser Periode und das Ausmaß, in dem eine Eskalation zu einem Atomkrieg erwogen wurde, außer Acht lassen. Dies ist derzeit eine wesentlich konkretere Möglichkeit als die, die die Weltzeit der Kuba-Krise 1962, also vor 60 Jahren, gesehen hat. Tatsächlich bestand 1983, also 20 Jahre später, aus ähnlichen Gründen die Gefahr eines Atomkriegs, von der die meisten Menschen keine Kenntnis haben. Damals fühlten sich die Russen, die Sowjets, unmittelbar angegriffen und bereiteten sich sehr riskant und töricht auf einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten vor, wie wir es unter ähnlichen Umständen auch getan hätten. Und während dieser Krisensituation kam es zu Fehlalarmen, die einen solchen Krieg durchaus hätten auslösen können, mit Ausnahme der Besonnenheit einzelner Personen im System, so dass die Welt an den, in gewisser Hinsicht die Karriere gefährdenden, Entscheidungen von Personen wie Archipov in der Kuba-Krise und Oberst Petrov in der Krise von 1983 hing, ihre Vorgesetzten nicht durch ihre eigene Überzeugung vorzuwarnen, dass ein Angriff unmittelbar bevorstehen könnte. Das könnte in der aktuellen Krise auf verschiedene Weise geschehen. Sollten die Ukrainer beispielsweise die Raketensysteme, die wir ihnen jetzt zur Verfügung stellen und die in der Lage sind, russische Angriffe auf ukrainischem Boden mit ukrainischen Angriffen auf russischem Boden zu beantworten, wäre das eine schwerwiegende Eskalation, die sich möglicherweise unserer Kontrolle entzöge. Das geschah bereits. Wenn eine mögliche Niederlage der russischen Streitkräfte im Donbass Putin und oder seine Befehlshaber oder möglicherweise Untergebenen dazu veranlassen würde, Versorgungsstellen in Polen anzugreifen und damit die NATO direkt in das Geschehen zu verwickeln, würde das zu einem Krieg der NATO in der USA führen, der bisher vermieden wurde. Denn beide Mächte, Biden auf der einen und Putin auf der anderen Seite, haben in der Vergangenheit von Handlungen abgesehen, die uns gemeinsam in einen direkten, bewaffneten Konflikt bringen würden. Beide haben eine Besonnenheit bewiesen, die wir schon einmal erlebt haben. Und doch gehen sie mit ihren Handlungen ein klares Risiko ein, was zu einer Interaktion führen kann, die es in den letzten 70 Jahren nicht gegeben hat. Das ist bislang gänzlich neu. Es ist die unmittelbare Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts zwischen den USA bzw. der NATO und Russland bzw. der früheren Sowjetunion. Erstaunlicherweise haben in diesen 70 Jahren beide Seiten, selbst in einem Stellvertreterkrieg gegen eine asymmetrische, schwächere Macht, darauf geachtet, einen direkten, bewaffneten Konflikt zwischen den beiden zu vermeiden. Bisher wurde die Bereitschaft einer Niederlage oder einer Art Patz-Situation beider Supermächte noch nicht erprobt. Das würde einen Prestigeverlust und einen Verlust an Einfluss in der Welt bedeuten, der in den früheren Kriegen nicht vorkam. Dass sich die USA aus Vietnam oder Afghanistan zurückgezogen haben, wird von anderen Ländern nachvollzogen. Es beeinträchtigt nicht direkt ihre Fähigkeit, als Großmacht oder Supermacht in der Welt aufzutreten. Eine direkte Niederlage gegen Russland oder eine Niederlage Russlands gegen die USA ist etwas anderes. Das ist bisher noch nicht passiert. Es könnte jetzt aber durchaus dazu kommen, das ist das Risiko, das beide Seiten im Moment eingehen. Genauso wie beide Seiten in der Kuba-Krise Risiken eingegangen sind, an der ich auf hoher Ebene beteiligt war. Sie spekulierten damit, dass sie nicht gegen ihren Instinkt in einen bewaffneten Konflikt eintreten würden. Ich glaube, dass sowohl Khrushchev als auch Kennedy, und ich glaube, dies nach 50 Jahren intensiver Beschäftigung mit dieser Krise, nicht beabsichtigten, ihre Drohungen mit einem bewaffneten Konflikt in die Tat umzusetzen. Sie blöfften beide, aber jeder von ihnen unternahm Schritte, Einsätze, Drohungen und Verpflichtungen, um die Bedingungen für eine Verhandlungslösung zu verbessern, die beide in irgendeiner Form zu erreichen gedachten. Im Verlauf dieses Ringens, dieses Einsatzes für bessere Bedingungen, kam es um Haaresbreite zu einem direkten bewaffneten Konflikt zwischen amerikanischen Zerstörern. Was ein sowjetisches U-Boot veranlasste, einen Atomtorpedo einzusetzen, was wir nicht taten. Und die Zerstörer wussten nicht einmal, dass sie einen sowjetischen General auf Kuba hatten, der ohne die Erlaubnis von Khrushchev ein U-2-Flugzeug abgeschossen hat. Das einzige Mal übrigens in 70 Jahren, dass ein Amerikaner oder ein Sowjet von der anderen Seite getötet wurde. Das war Major Anderson, an einem Samstagmorgen, dem 27. Oktober, als ich im Pentagon war. Wir befanden uns also sehr nahe an diesem Punkt. Teilweise aufgrund der Handlungen von Untergebenen oder Verbündeten, die nicht unter der Kontrolle der Entscheidungsträger standen. Wir standen kurz davor, nicht nur die nördliche Hemisphäre zu bombardieren, was unsere Stabschefs als Auswirkungen eines von uns ausgelösten Atomkriegs oder als Reaktion auf einen einzigen Angriff einschätzten. Tatsächlich wissen wir aber schon seit 30 Jahren, dass dies zu einer Rauchwolke in der Stratosphäre geführt hätte, die durch den Ruß brennender Städte das meiste Sonnenlicht verdrängt und fast alle Menschen auf der Erde hätte verhungern lassen. Mit anderen Worten, wir wären nicht hier, wenn Vasily Archipov die Entscheidung des sowjetischen U-Boot-Kommandanten ausgeführt und den Atomtorpedo abgefeuert hätte, oder auch Petrov. Momentan besteht jedoch nicht nur die Gefahr eines Atomkrieges. Die russische Vorgehensweise in diesem Fall, die von kaum jemandem außerhalb der Regierung vorhergesehen wurde, die von vielen Menschen für eine falsche Übertreibung der Situation gehalten wurde, dass Russland die Budapester Vereinbarung, die Souveränität der Ukraine zu respektieren, wenn diese ihre Atomwaffen an Russland abgibt, verletzt und missachtet hat. Gegen diese Vereinbarung wurde bereits mit der Einnahme der Krim verstoßen. Aber das waren noch ganz andere Umstände als heute. Dies hat meiner Meinung nach das Vertrauen nicht nur in den USA, sondern weit darüber hinaus zerstört, sodass möglicherweise so etwas wie ein Vertrag zur Verhinderung eines Atomkriegs die Abschaffung von Atomwaffen oder Artikel 6 des Atomwaffensperrvertrags über Verhandlungen in gutem Glauben über die Abschaffung von Atomwaffen vorsieht, zustande kommen könnte. Die USA und andere Atomwaffenstaaten verstoßen seit einem halben Jahrhundert im Geiste und in der Praxis gegen diesen Vertrag. Und doch gab es immer die Möglichkeit, zum Teil durch diesen Vertrag, den sogenannten AVV, dem Atomwaffenverbotsvertrag. Das stellte eine Möglichkeit dar. Viele Nationen haben ihn unterzeichnet. Sogar die USA könnten ihn unterzeichnen. Ich stehe dem aus verschiedenen Gründen skeptisch gegenüber. Ich denke, dass die Idee, dass Atomwaffenstaaten dieses Abkommen unterzeichnen, im Grunde genommen aussichtslos ist. Vielmehr glaube ich, dass Artikel 6 weitgehend gescheitert ist. Ebenso wie der Atomwaffensperrvertrag selbst. Ironischerweise wird in dieser Situation, selbst wenn die Atomwaffen nicht eingesetzt werden, der offenkundige Einsatz dieser Waffen durch Drohungen und Vorbereitungen, insbesondere in diesem Fall auf russischer Seite, andere Länder dazu veranlassen, sich eigene Abschreckungsmittel zuzulegen und ihren eigenen Einfluss außerhalb der eigenen Grenzen geltend zu machen. Ich halte eine Ausweitung jetzt für sehr wahrscheinlich. Es wurde bereits vorhergesagt. Wir haben es vermieden. Wie ich schon sagte, das Schlimmste wurde verhindert. Aber meiner Meinung nach steht das Schlimmste nun unmittelbar bevor. Und dagegen können wir vorgehen. Aber ich denke, dass wir in der Tat eine Ära der nuklearen Aufrüstung erleben, wenn die Russen dazu gebracht werden, eine Atomwaffe einzusetzen, dann wahrscheinlich auf die Art und Weise, wie die NATO sie im Falle eines sowjetischen Angriffs auf Westeuropa einsetzen würde. Und das bedeutet nicht unmittelbar einen umfassenden Einsatz strategischer Waffen oder überhaupt einen umfassenden Einsatz taktischer Atomwaffen. Die NATO-Planung für den Fall einer neuen Blockade Berlins hat uns in einen bewaffneten Konflikt geführt. Stets wurde zunächst die Abgabe von Demonstrationsschüssen oder Warnschüssen vorgesehen. Mit anderen Worten, die angebliche russische Doktrin der Eskalation zur Deeskalation zur Beendigung des Konflikts ist keine russische Erfindung. Es war stets die Vorstellung der NATO. Was sollte es denn auch sonst sein? Ein groß angelegter Einsatz von taktischen Atomwaffen in Europa wurde stets mit der Vernichtung Europas, Ost wie West und wahrscheinlich mit einem totalen Krieg gleichgesetzt. Die Länder, die sich auf den sogenannten nuklearen Schutzschirm verlassen haben, haben dies schon immer in Erwägung gezogen. Zuerst wird man versuchen, die andere Seite zum Rückzug zu bewegen, sofern die konventionellen Mittel dafür nicht ausreichen. Und selbst Frankreich hat in seiner eigenständigen Forst de Frappé, die französische Atomstreit macht, zunächst nicht an einen Angriff aus Moskau gedacht, dieser käme als nächstes, sondern an einen Warnschuss, einen Demonstrationsschuss, um die andere Seite den Ernst der Lage erkennen zu lassen. Die Bereitschaft der schießenden Seite, Risiken einzugehen, Risiken zu akzeptieren und sich zurückzuziehen und zumindest auf eine Weise zu verhandeln, zu der sie vorher nicht bereit waren und möglicherweise die Bedingungen der anderen Seite zu akzeptieren. Dies ist nicht unmöglich, wenngleich es sehr wahrscheinlich ist. Mit anderen Worten, eine erfolgreiche Maßnahme als Alternative zu einem entscheidenden Scheitern. Und aus diesem Grund ist es übrigens meiner Meinung nach und auch nach Ansicht anderer äußerst wichtig, Putin und die Russen nicht mit der Art von militärischem Sieg zu konfrontieren, mit dem eine Reihe hochrangiger Mitglieder der beiden Administrationen gesagt haben, er sei notwendig. Nancy Pelosi im Repräsentantenhaus sagte, ein Sieg sei unerlässlich. Was genau das bedeutet, ist nicht definiert, aber es scheint nicht die Art von Verhandlungslösung zu umfassen, die am wenigsten unwahrscheinlich oder am wahrscheinlichsten ist, die für keine der beiden Seiten wirklich zufriedenstellend wäre, aber von beiden Seiten toleriert werden könnte und von beiden kaum als Sieg bezeichnet werden kann. Die Aussage von Biden, die er jetzt in gewissem Maße zurücknimmt, wonach ein Regimewechsel notwendig sei und Putin nicht im Amt bleiben dürfe, oder die Aussage von Verteidigungsminister Austin, dass der Krieg fortgesetzt werden müsse, um Russland so weit zu schwächen, dass keine weitere Invasion in andere Länder mehr möglich ist, wie dies in der Ukraine der Fall war. Sie dürfen weder in Moldawien noch in Georgien einmarschieren, die in diesem Fall die wahrscheinlichsten nächsten Ziele wären. Das ist absurd. Das könnte in 100 Jahren nicht erreicht werden. Beide sprechen also von äußerst langfristigen Kriegen. Je länger dieser Krieg anhält, desto größer wird die Gefahr einer Eskalation, wodurch eine Patz-Situation verhindert wird, eine kostspielige Patz-Situation und Eskalation. Die Chance auf ein Verhandlungsergebnis, das meiner Meinung nach idealerweise so bald wie möglich oder zumindest innerhalb der nächsten Monate erzielt werden sollte, ich werde darauf zurückkommen, ist also sehr wichtig. Aber wahrscheinlich ist es nicht. Wie gesagt, die Argumente, gegen die ich mich ausspreche, kommen von der Führungsspitze unserer Regierung. Und Putin äußerte sich ähnlich, ebenso wie Selenskyj, der seine frühere Position änderte, in der er die Möglichkeit eines Verhandlungsergebnisses zuließ, dass eine gewisse Souveränität über den Donbass und zumindest für einen langjährigen Zeitraum die Krim aufgeben würde, verbunden mit Neutralität und der Bereitschaft, keine amerikanischen oder ausländischen Stützpunkte auf seinem Staatsgebiet zuzulassen. Zuvor bekundete er sein Interesse daran, doch in jüngster Zeit änderte er seine Haltung. Er spricht nun von der Entschlossenheit, so lange weiter zu kämpfen, bis die russischen Soldaten den Donbass, die Ostukraine, wo sie sich seit acht Jahren aufhalten, und die Krim, die sie annektiert haben, verlassen haben. Dabei ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie die Kontrolle über die Krim aufgeben werden. Wir sprechen also von einem langen Krieg, in dem ukrainische Menschenleben in großem Umfang zerstört werden, hunderttausende Opfer auf ukrainischer Seite, aber auch vergleichsweise viele auf der russischen. Ein großes Problem bei der Bewältigung dieser tragischen Situation für die Ukraine und im Übrigen auch für das russische Volk angesichts der Sanktionen und für den Rest der Welt in Bezug auf die Lebensmittellieferungen aus der Ukraine, die die Menschen in Afrika derzeit mit der Gefahr von Hungersnot und Hungertod konfrontieren. Ein wesentliches Hindernis dabei ist, dass es auf beiden Seiten eindeutige Vorzüge und Interessen gibt, die einen langen Krieg begünstigen. Tatsache ist, dass ein festgefahrener Krieg und sogar ein verlorener Krieg, wie in Vietnam oder Afghanistan oder auch im Irak, für die Waffenproduzenten sehr profitabel war und ist. Und dabei handelt es sich nicht um kleine Firmen. Es handelt sich um äußerst einflussreiche Konzerne auf unserer Seite und wahrscheinlich auch in vergleichbarer Weise auf der russischen Seite. Aber hier profitieren Raytheon, Lockheed, Boeing, Northrop Grumman, die die neuen ICBMs, Interkontinentalraketen herstellen, ebenso auch General Dynamics in hohem Maße. Ihre Aktien sind gestiegen und das nicht ohne Grund. Sofern man keine Skrupel hinsichtlich einer Investition hat, ist Lockheed zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr lohnende Anlage, da sie wie auch Raytheon die Stinger, die Javelins und viele andere Kriegswaffen liefern. Vom Standpunkt dieser Konzerne ausgesehen, kann dieser Krieg gar nicht zu lange dauern. Es wäre ihnen vollkommen recht, wenn er auf unbestimmte Zeit fortgesetzt würde. Vom Standpunkt der US-Regierung ausgesehen, hat diese russische Aggression die NATO wiederbelebt, die Cosa Nostra, also das amerikanische Protektorat, die Schutzgelderpressung, die wir lange Zeit in der NATO praktiziert haben. Sie hat die Rolle der USA in Europa wiederbelebt, die Dominanz, sogar die Erweiterung der NATO. Zudem wurde eine Atmosphäre des Kalten Krieges geschaffen, in der die Führungsrolle der USA selbst in Asien nun erheblich gestärkt wird, was ebenfalls nicht von Dauer sein kann. Auf russischer Seite haben wir es mit einem sehr gängigen Problem zu tun, und das gilt auch für die USA, aber mehr für die russische Seite. Putin sieht sich im Moment mit der Gefahr eines Prestigeverlusts, einer demütigenden Niederlage konfrontiert. In der gesamten Geschichte, die ich im letzten halben Jahrhundert so gut wie möglich analysiert habe, da ich an einigen der schwierigsten Momente beteiligt war, so weiß ich, dass eine Führungspersönlichkeit in der Position Putins eher bereit ist, den Einsatz zu erhöhen, zu eskalieren, frühere Misserfolge zu wiederholen und ohne Rücksicht auf die Menschen, wie in diesem Fall die Ukrainer oder die Afghanen, sowohl bei der sowjetischen als auch bei der US-Invasion und anderswo, ohne Rücksicht auf diese Menschen zu handeln, als diese Demütigung zu erleiden. Ich erklärte, dass die russische Aggression und der verständliche und nachvollziehbare, wie ich finde, Widerstand in Form von Waffenhilfe und einer Positionierung ohne direkten Konflikt seitens der USA sehr ernste Auswirkungen auf die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, finanzielle Mittel und den Hunger haben, insbesondere momentan. Das Schwerwiegendste ist meiner Meinung nach die Beeinträchtigung der Möglichkeit einer Zusammenarbeit, Kooperation und gemeinsamen Sicherheitsstrategie zwischen den USA, China, Indien und Russland für die Bewältigung des großen existenziellen Problems, mit dem die Zivilisation jetzt konfrontiert ist, nämlich der sich abzeichnenden Klimakatastrophe unerlässlich ist. Lassen Sie mich konkret werden. Dieser Krieg der letzten Monate hat meines Erachtens die Möglichkeit ausgeschlossen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das war das Ziel vergangener globaler Gipfeltreffen zu diesem Thema, angeblich 1,5, dann möglicherweise auf 2, angehoben, was in jedem Fall äußerst negative Auswirkungen auf die weltweite Lebensbedingungen der Menschen bedeutet. Das geschieht nun. Meines Erachtens ist dies durchaus möglich und dies ist mein bestes Ermessen, zumal ich bemüht bin, mich diesbezüglich zu informieren. Die erforderliche Zusammenarbeit mit China, insbesondere mit den beiden größten Emissionsverursachern der Welt, den USA und China, erscheint äußerst unwahrscheinlich. Könnte China sein Verhältnis zu Russland in dieser Frage ändern, wäre das sehr gut, aber das ist nicht der Fall. Ohne eine solche Zusammenarbeit beim Klimaschutz wird sich die Welt weiter erwärmen, was zu Überschwemmungen, Wirbelstürmen, einem Anstieg der Meeresspiegel und der Toxizität der Ozeane führen wird, mit verheerenden Konsequenzen für die Menschheit. Im Grunde bedeutet das nicht das Ende der Menschheit, aber eine Welt, die für die menschliche Existenz wesentlich weniger lebenswert ist. Und das, so glaube ich, wird sehr schwer zu ändern sein. Es ist bereits jetzt eine Katastrophe. Ich empfinde das als tragisch. Die Aussicht auf eine Fortführung auf diesem Niveau, auch ohne eine Eskalation, macht dies zum wahrscheinlichsten Verlauf der Ereignisse, die meiner Meinung nach eintreten werden, und zwar auf katastrophale Weise. Alle Erfahrungen der Vergangenheit, die ich untersucht und an denen ich teilgenommen habe, besagen, dass Männer an der Macht, und es sind in der Regel Männer, gelegentlich trifft es auch auf Frauen zu, wenn diese an der Macht sind, fast jede Anzahl von Menschenleben riskieren und sogar opfern werden, um eine kurzzeitige, fast sichere Katastrophe für sie persönlich zu vermeiden, einen Rückschlag, eine Niederlage, eine Demütigung, die den Verlust ihres Amtes und ihrer Macht zur Folge hätte und dergleichen. Stattdessen besteht ihre Motivation in der Verfolgung von Möglichkeiten, dies zu vermeiden, daher im Amt zu bleiben, die Niederlage, um den Preis einer Pazituation als Alternative oder sogar eines sehr unwahrscheinlichen Sieges zu vermeiden. Aber beides ist mit dem Risiko oder der großen Wahrscheinlichkeit eines enormen Verlustes an Menschenleben verbunden und das behaupte ich aufgrund meiner Kenntnis der Nuklearpläne. Das Risiko, das beide Seiten für einen möglichen Atomkrieg eingehen, ist katastrophal. Selbst wenn dieser irgendwie beschränkt bliebe, wäre er katastrophal. Die Möglichkeit einer endgültigen Katastrophe eines nuklearen Winters wird bewusst aufrechterhalten, nicht verringert. Im Gegenteil, sie wird durch die Aktionen beider Seiten vergrößert. Es könnte noch schlimmer sein. In diesem Moment oder auch morgen könnte Polen, Russland oder die NATO angegriffen werden. Taktische Atomwaffen sind definitiv eine Möglichkeit, die die Wahrscheinlichkeit eines totalen Krieges zwischen den USA und Russland noch weiter erhöhen. ist hier sind in den USA und die in den USA